Hi, ich bin Stigi und hier für Corsal.com zeige ich euch nun, wie man in Dragon's Prophet zu seinem ersten Drachen kommt und was es damit auf sich hat. Vier Standardklassen stehen zur Auswahl, wobei das Orakel auch ein Magier ist, der sich wohl etwas defensiver spielt. Wie ihr vielleicht aus meinen anderen Videos wisst, lege ich immer sehr viel Wert auf ein hübsches Äußeres und während ich mich hier also mit der Characterization meines Magiers vergnüge, muss ich euch beichten, dass ich mich selbst nicht unbedingt als Drachen-Fan bezeichnen würde, aber ich mag Dinosaurier und Drachen sind denen ja recht ähnlich. Außer, dass die Körper der Drachen im Gegensatz zu den tonnenschweren Giganten der Urzeit federleicht zu sein scheinen, denn ansonsten würden unter anderem die Gesetze der Aerodynamik es ihnen eindeutig verbieten, sich mit so ein paar Flügelschlägen in der Luft zu halten. Oder es ist Magie im Spiel. Magie erklärt immer alles. Eine technische Sache, ihr solltet unbedingt die Kantenglättung aktivieren, sofern eure Grafikkarte genug Power hat. Ich weiß jetzt nicht, wie dieser Unterschied mit der YouTube-Video-Komprimierung rüberkommt, doch im Spiel liegen Welten dazwischen. Im Tutorial lernen wir nun also das Action-basierte Kombo-Kampfsystem, das sogar ein bisschen an Beat'em Ups erinnert, und erhalten streng genommen unseren ersten Drachen. Aber da wir den noch nicht selbst gefangen haben, zählt das nicht. Übrigens hier ein kleiner Bug. Ihr müsst nicht das Nummerzeichen drücken, sondern die Taste links neben der 1. Allgemein muss man bedenken, dass dies eine Beta-Version ist und die Entwickler sind sicher für jeden Hinweis dankbar. Also nutzt fleißig die Bug-Report-Funktion, wenn euch etwas missfällt. Schließlich taucht der obligatorische Bösewicht auf und sylzt uns mit settingtypischen Gemeinheiten voll. Unser Ausbilder wird gekehlt, wir werden in den Abgrund befördert und dürfen uns für 1 von 3 Startgebieten entscheiden. Dann gibt Kronos Phantom ein kurzes Stell-Dich-Ein, bis wir aufwachen und direkt in eine epische Schlacht geraten, in der unser neues Heimatdorf von Raubplünderern und Käferführern angegriffen wird. Oh Mann, ich liebe das Gesicht meines Charakters. Mit Shift und A bzw. D können wir Ausweichrollen machen und mit der Leertaste können wir den Doppelsprung hier ausführen, der seltsamerweise nicht mal Ausdauer verbraucht. Doch alles in allem ist das Kampfsystem ganz gut gelungen, auch wenn manche Animationen noch etwas abgehackt wirken. Aber wie gesagt, das Spiel ist ja auch noch im Beta-Status. Noch schnell ein Bosskampf und dann wird's aber langsam Zeit für unsere Drachen, nicht wahr? Tja, wie das in Rollenspiel nun mal so ist, sind die von Urs dämlichen, unselbstständigen NPCs bevölkert, die alleine nicht klarkommen und sich auf unsere Hilfe verlassen. Also mal sehen, was dürfen wir dieses Mal farmen und aufsammeln? Semmer Drühler will ein paar Leute mit Fieber verarzten und braucht dazu drei gebratene Dickdärme, diesen Minenratten zu entnehmen. Und dazu noch drei scharfe Storchenkrallen, welche uns diese Vögel hier nach einer lustigen Sterbeanimation freundlich zur Verfügung stellen. Brelon Vanekta hätte gerne, dass wir vier Nasenkäfer direkt vom Dorf für ihn erledigen, damit die Raubblinderer nicht zurückkommen. Die Wanderer-Kontaktperson möchte, dass wir uns beim Transportmeister registrieren. Saskia Riddleton will, dass wir vier Impfstoffpakete einsammeln und warnt uns vor den Hyänen, die tatsächlich ultra nervig sind, wenn wir die Dinger, die durch die gelben Punkte auf der Map markiert sind, aufsammeln. Und schließlich wäre dann noch der Nichtsnutz Erik Ventare. Der Blödmann hat sein Kassenbuch verloren. Wir holen es ihm vom roten Punkt auf der Karte, doch es fehlt eine Seite. Und Saskia will, dass wir irgendeinen Schuppenflohkäfer kehlen, der, wie es der Zufall will, ganz in der Nähe der fehlenden Seite ist. Wir also wieder hin. Mit Zweifachdruck der W-Taste können wir übrigens schneller laufen und müssen feststellen, dass der gar nicht mal so einfach ist. Doch beim nächsten Versuch klappt's. Der Tod kommt uns recht, spart uns den Rückweg, wir geben den ganzen Mist ab und treffen etwas außerhalb des Dorfes auf Clark Sharp, der uns endlich anweisenden Drachen zu fangen. Dazu schickt er uns zu seiner rechten Hand Dylan Terrence, bei dem wir zwei verletzte Drachen untersuchen, warum auch immer. Und dann können wir endlich loslegen. Mit sieben aktivieren wir einen Zauber und müssen uns dann mit W-R-S-D auf dem Rücken des Drachen halten. Gelingt uns das, dann haben wir einen Begleiter, den wir entweder als Mount oder als Unterstützung im Kampf benutzen können. Hier fängt die Sache an, interessant zu werden. Mit so einem Drachen im Gepäck durch die Gegend zu laufen und ihn einzusetzen, ist eine gute Sache. Davon abgesehen dürfen wir unsere Haustierchen auch dem Gehegeverwalter übergeben und ihnen diverse neue Skills beibringen lassen. Allerdings dauert das Training schon eine Weile. So können wir unsere Drachen zum Beispiel auch darauf trainieren, für uns Ressourcen sammeln zu gehen. Ähnlich wie in Pokémon & Co. gibt es zig unterschiedliche Drachen und was ich nicht verstehe ist, warum dieses tolle Feature erst nach diesem ganzen Kassenbuch und gequirlter Dickdarmquatsch kommt. Wenn ich der Entwickler dieses Spiels wäre, dann würde der Typ, der uns nach unserem Sturz aufweckt nicht sagen, Hilfe Raubplünderer bla bla bla, sondern, hey komm mit, wir zähmen deinen ersten Drachen. Und dann, wenn man ins Dorf zurückkehrt, dann ist der ganze Angriff und das andere Zeug. Die Drachen sind das Besondere an diesem Spiel, während man diese Quests schon tausendmal gemacht hat und sie die Spieler somit nur abschrecken, bevor sie zum coolen Part kommen. Der jetzige Spielablauf wird viele neue Spieler zum Spielabbruch bewegen, denn keiner hat Spaß daran, nach einem Kassenbuch zu suchen. Niemand will sich von einer Hyäne in den Arsch beißen lassen, während man Impfstoffe einzusammeln hat. Wenn man dabei jedoch bereits seinen Drachen hat, dann sind das gute Gelegenheiten, den mal ein bisschen kämpfen zu lassen und seine Fähigkeiten auszuprobieren. Ich hoffe, diese Bitte kommt irgendwie bei den Entwicklern an, denn es wäre echt schade, wenn das große Potenzial dieses Titels von einem Kassenbuch, einem Nasenhornkäfer, einem gebratenen Dickdarm, einer scharfen Kralle und einem Impfstoffpaket untergraben würde. Naja, aber ihr wisst ja jetzt, was ihr tun müsst, um zum coolen Part zu kommen. Es dauert ja im Grunde genommen auch nicht so lange, also von daher probiert es ruhig mal aus, wenn ihr RPGs mögt. Das Kampfsystem sollte man wirklich mal selbst eingesetzt haben, um sich ein Urteil zu bilden und außerdem wisst ihr jetzt auch, wo ihr hingehen müsst, um direkt zur Drachenquest zu kommen, nämlich leicht außerhalb des Dorfes. Ich von meiner Seite verabschiede mich erstmal und wünsche euch viel Spaß. Stigi Ende!